hey hier ist walkthroughpcgames tv und ich wollte euch fragen ob ihr denn ein special wollt ein 200 abonnenten special und wenn ja was soll ich denn da groß tun und machen in diesem special schreibt bitte unter das video ob überhaupt ein special wollt und wenn ja ob ihr etwas wollt mit gta 4 gta 4 die erweiterung vice city need for speed ja was jetzt zu hause an spielen habe ist jetzt nicht so groß ich habe undercover aber das habe ich den code verloren kann ich nicht mehr installieren ich habe pro street aber das ist irgendwie voll scheiße must want that habe ich ja schon gesagt und dann habe ich halt noch etliche pokémon sachen aber das interessiert wahrscheinlich keinen genauso wie es mich überhaupt nicht mehr interessiert ja das war es von mir also könntet ihr eigentlich nur sagen ob ihr wieder irgendwas mit gta 4 wollt ah ja vergessen ganz vergessen assassin's geht zwar interessiert zwar auch kein schwein mehr aber egal könnte ich auch machen oder was ich auch machen könnte ist mich mit ein paar freunden einfach mal verabreden und wir nehmen dann einfach auf wie wir irgendein anderes spiel das heißt ich minecraft mit hd oder bulli die ehrenrunde zocken oder so und ja da würde ich dann einfach praktisch aufnehmen das würde ich mir dann ausleihen aus der videothek oder so wenn wir die stimme aufnehmen von uns allen die kennt ihr dann natürlich nicht ich werde dann natürlich ein paar lustige aussuchen und dann würde ich irgendwie machen eine stunde mit kann das spiel könnt ihr bestimmen ihr seid meine abonnenten ich danke euch dass ihr mich so unterstützt ich meine ich bin ja noch nicht lange dabei erst seit dem juni glaube ich juli der siebte aber ich bin so schlecht im monaten egal seitdem bin ich ja dabei und jetzt habe ich 200 abonnenten schon und ja es gibt natürlich leute die steigen schneller an und sind noch erfolgreicher und so aber egal ich mein dafür dass ich eigentlich praktisch im großen und ganzen nur von einem spiel videos mache in klammern gta 4 und gta 4 erweiterung aber im grunde genommen ist es selber nicht wirklich dass es ist schon dasselbe spiel basta also schreibt da unten jetzt einen comment rein ob ihr ein like oder ein dislike macht weiß ich nicht das ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht hauptsache da steht irgendwas in den comments wenn da gar nichts steht bis zum jetzt kommt nämlich das datum nämlich heute den siebten dritten das heißt arm bis zum fünfzehnten lasse ich euch zeit um meinen ganzen 200 abonnenten da irgendwas reinzuschreiben was sie sich wünschen bis zum fünfzehnten ja ok also das war's von mir haut rein